Die 5 Elemente eines guten Mixes. Ist es wirklich so einfach? Gibt es wirklich 5 Merkmale, anhand derer man die Qualität seines Mixes überprüfen kann? Und wenn man die alle positiv abgehakt hat, dann hat man einen perfekten Profi-Mix? Es gibt auf jeden Fall 5 Punkte, mit denen du die Qualität deines Mixes überprüfen kannst. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Vlog und los geht's! Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Vlog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und reden wir über die großen Hits im Radio, reden wir immer auch ein kleines bisschen neidisch über die Mixer, die diese Songs gemischt haben. Die so zielsicher ganz oft in diesen Videos bei YouTube dafür sorgen, dass sie innerhalb von 30 Minuten 742 Tracks mal eben zu einem Welthit zusammenschubsen. Das klingt großartig und die haben noch nicht einmal gefragt, ist die Gitarre zu laut oder zu leise? Nein, die schieben einfach die Fader hoch und zack, wissen sie sofort, was sie da tun. Natürlich wissen die, was sie tun. Die machen das hauptberuflich, die haben da sehr viel Übung drin, die 10.000-Stunden-Regel möchte ich an dieser Stelle nur erwähnen. Aber die haben natürlich auch ein paar Punkte im Hinterkopf, an denen sie sich orientieren, die sie immer im Hinterkopf haben und die sie einhalten. Und das sind die 5 Elemente eines guten Mixes. Wenn du Schwierigkeiten haben solltest, dich beim Mischen zu orientieren, wenn du dir die Frage nicht beantworten kannst, ist die Bassdrum zu laut, zu leise, zu fett, zu dünn? Ist die Gitarre zu laut gemischt? Habe ich sie zu weit nach links gemischt und so weiter und so fort? Dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dir auf jeden Fall auch eine Orientierung besorgst, allerdings in Form eines Referenztitels. Das Thema ist Mischen mit Referenz. Such dir also einen Titel, der ungefähr vom Genre her, von der Instrumentierung und vielleicht von der Stimmung her, vom Tempo dann auch, dem entspricht, was dein Song ungefähr so hergibt. Willst du also einen Metal-Song machen, dann such dir einen Metal-Song von deiner Lieblingsband aus, den du daneben hältst und wo du dich immer so ein bisschen abgleichen kannst mit diesem Song. Da geht es aber dann nicht darum, das zu kopieren, da kann ich dich beruhigen. Es geht eher darum zu gucken, wie haben die das gemacht, wie sind die Verhältnisse bei denen so und so gemischt und so weiter, um dann zu überprüfen bei seinem Mix, kann man das auch so machen, sollte man das besser machen oder kann man da vielleicht sogar was verbessern? Und da sind die fünf Dinger, die ich dir gleich nenne. Auf jeden Fall die wichtigsten Dinger, die du im Vergleich dann mit dem Referenztitel abgleichen kannst, wo du dann herausfinden kannst, wie haben die das gemacht und wie muss ich das am besten machen, damit ich ungefähr so klinge wie die Kollegen. Das soll es also heute drum gehen, die fünf Elemente eines guten Mixes und wenn dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt und du sagst, äh, ist ja nur ein blödes Labervideo, heute gibt es gar keine Beispiele, dann drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video, aber wir gehen jetzt mal in Medias Race und fangen an mit Numero 1. Die Balance in einem Titel. Bei der Balance rede ich von der Balance der einzelnen Signale untereinander. Das heißt, ein ausgeglichener Mix besteht natürlich auch aus einer ausgeglichenen Balance zwischen den einzelnen Signalen. Das heißt, es gibt kein Signal, was unangenehm hervorsticht. Es gibt kein Signal, was unaufgefordert zu laut aufspielt. Die Balance ist der erste Schritt im Prinzip im Mix, wo man ein Grundverhältnis zwischen den einzelnen Tracks schon mal herstellt und wo man schon mal dafür sorgt, dass jedes Instrument ungefähr von der Lautstärke her an der richtigen Stelle ist. Das ist kein statischer Prozess, der mit einem Mal abgeschlossen ist, sondern man passt die Balance der einzelnen Signale natürlich immer wieder untereinander an während des Mixes. Wenn man was am Equalizer verändert, Kompressor verändert und sonst was verändert, kann man immer mal wieder die Balance ausgleichen. Aber jeder Mix startet auf jeden Fall mit einer Grundbalance, wo alle Instrumente da so ungefähr vom Pegel hingeschoben werden, dass sie alle gleich gut zu hören sind und dass man einen ausgeglichenen Mix hat. Wenn du, wie gesagt, nicht einschätzen kannst, ist meine Gitarre zu laut oder zu leise, dann hör in den Referenztitel rein. Und falls du nicht weißt, wie du diesen Referenztitel in deinen Mix integrieren sollst, das heißt, wie du das überprüfen kannst und mal eben locker A, B hören kannst, ich kann dir ein Video verlinken, da habe ich das mal gezeigt, wie man das Routing in seiner DAW machen kann, damit man relativ einfach mal eben hin und her schalten kann zwischen seinem Referenztitel oder eben dem Titel, den man gerade mischt. Also, da ist auf jeden Fall die Referenz ganz, ganz viel Gold wert, denn da kannst du wirklich genau gucken und überprüfen, welche Grundverhältnisse man zwischen den einzelnen Spuren herstellen kann. Also, ein ausgeglichener Balance der einzelnen Signale untereinander sorgt, auf jeden Fall schon mal für einen professionellen Mix. Und wie gesagt, dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, bis du nicht den Mix beendest. Also ein fließender Prozess. Nummer zwei ist ein ausgeglichenes Panorama. Das heißt, du solltest überprüfen, dass du natürlich auch dein Panorama schön ausgeglichen hingekriegt hast und da natürlich einige Grundregeln einhältst, die nicht wirklich Regeln sind, aber die sich so über die Zeit etabliert haben. Das heißt, eine Bassdrum ist in der Regel in der Mitte, ein Bass ist in der Mitte, eine Snare ist in der Mitte und die Hauptstimme ist in der Regel auch in der Mitte. Alle anderen Instrumente sind drumherum positioniert und da hat man sehr viel Platz, wenn man die Hauptinstrumente in der Mitte lässt, dann hat man sehr viel Platz, das Panorama schön auszufüllen und kann es wirklich nutzen, um nicht nur dieses Panorama auszufüllen, sondern im Zweifel auch ein paar schwierige Instrumente voneinander zu trennen. Denn dafür ist das Panorama natürlich auch praktisch. Wenn du dafür sorgen möchtest, dass du zum Beispiel zwei Instrumente, die, wenn sie übereinander liegen, sich eher maskieren und sich überdecken, sodass du die beiden voneinander nicht unterscheiden kannst, dann ist es natürlich praktisch, wenn du sie einfach im Panorama trennst, nach links und rechts außen schiebst, dann sind sie akustisch schon mal voneinander so getrennt, dass man dafür sorgen kann, okay, jetzt sind sie beide zumindest schon mal gut zu hören und dann hat man zumindest schon mal den ersten Schritt da gemacht, auch ein ausgeglichenes Panorama zu schaffen, wo auch einzelne Instrumente gut unterschiedlich zu hören sind, wo jedes Instrument, jede Spur ihren eigenen Platz bekommt. Also ein ausgeglichenes Panorama und schau auch da gerne auf die Referenz, wie die Kollegen das gemacht haben, wo sie ihre Instrumente hingemischt haben. Wahrscheinlich gibt es da noch die ein oder andere Inspiration, die man machen kann. Panorama. Nummer drei wird schon ein bisschen schwieriger und da geht es dann ein kleines bisschen mehr ins Eingemachte, denn ein ausgeglichenes Frequenzspektrum ist natürlich jetzt nicht mal eben so zu erreichen. Da muss man schon mit einem Equalizer ein kleines bisschen nachhelfen, aber gerade eine ausgeglichene Frequenzverteilung im Song ist natürlich ein charakteristisches Merkmal von einem wirklich professionellen Song. Zum einen klingt der Song dadurch sehr natürlich und sehr ausgeglichen, zum anderen sorgt das natürlich aber auch dafür, dass der Song auf nahezu jeder Abhöre gut klingt. Auf einem Handy, auf einem Auto, in einem Auto natürlich, was weiß ich, in der Disco, im Supermarkt oder sonst wo irgendwie. Eine ausgeglichene Frequenzverteilung sorgt auf jeden Fall dafür, dass dein Mix überall gleich gut klingt und wer kennt es nicht, du steigst ins Auto rein und stellst fest, ich habe viel zu viel Bass reingedreht. Da hilft dir natürlich der Vergleich mit der Referenz, wie haben denn die die Frequenzverteilung eigentlich gemacht und da kann man im Zweifel vielleicht auch mal mit einem Match EQ überprüfen, wie das genau gemacht wird. Habe ich hier auch schon mal erklärt, kann ich dir hier oben einblenden. Du siehst, heute wird nicht nur gelabert, heute gibt es auch ein paar Beispiele, die du dann separat in anderen Videos nochmal nachgucken kannst. Also eine ausgeglichene Frequenzverteilung hinzukriegen zwischen den einzelnen Signalen ist mindestens genauso wichtig wie eine ausgeglichene Balance unter anderem bei den Pegeln auf jeden Fall. Denn diese Frequenzverteilung sorgt natürlich dafür, dass dein Song zum Beispiel nicht zu basslastig ist oder nicht zu höhenlastig oder nicht zu mittenlastig, denn alles drei ist unangenehm. Zu viel Bass sorgt für zu viel Mulm im Song. Zu viel Höhen sorgt dafür, dass der Song sehr schnell grätzig und nervig klingt. Zu viel Mitten sorgen dafür, dass speziell auf kleinen Abhören der Song wirklich sehr schmerzhaft am Ohr sein kann. Und da wirklich dafür zu sorgen, dass man ein ausgeglichenes Frequenzspektrum hat, ist schon ein bisschen die höhere Kunst. Aber auch da gibt es natürlich ein paar Tricks, die man einhalten kann. Zum Beispiel, dass man, wenn man drei Instrumente hat oder mehrere Instrumente hat, die im selben Frequenzbereich unterwegs sind, dass man darauf achtet, dass man sich entscheidet, welches von diesen drei Instrumenten ist das Wichtigste. Welches soll also die Hauptaufmerksamkeit in diesem Frequenzbereich bekommen? Bei den anderen senkt man dann bei einem Equalizer einfach ein kleines bisschen an der Stelle ab, sorgt für mehr Platz für das wichtige Instrument und gibt diesen anderen Instrumenten dann vielleicht an einer anderen Stelle nochmal einen kleinen Boost, um sie da ein kleines bisschen hervorzuheben, dann noch an einem Panorama und an der Balance ein bisschen geschraubt und schon hat jedes Instrument ein kleines bisschen mehr seinen Platz im Mix und trotzdem hat man ein ausgeglicheneres Frequenzverhältnis zwischen den einzelnen Instrumenten, ohne jetzt das eine zu übervorteilen oder zu benachteiligen an der Stelle. Ausgeglichene Frequenzen, ja, da muss man auf jeden Fall viel mit der Referenz arbeiten, wenn man noch unsicher ist, aber man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viele Erfolge feiern, wenn man da tatsächlich gut vorankommt. Nummero vier geht ums Thema Dynamik. Der Dynamikbereich eines Instrumentes wird ja definiert durch die leiseste Stelle oder den Platz zwischen der leisesten Stelle und der lautesten Stelle. Das ist die Dynamic Range, wie man auf Englisch sagte, der Dynamikbereich und diesen gilt es je nach Song genau sauber anzupassen. Wenn man zum Beispiel einen ziemlich leisen, schmusigen Jazz-Song hat im Trio, wo nur ein leises Schlagzeug vor sich hinspielt und eine leise Gitarre und ein Bass und ein Gesang sind, dann darf die Gesangsstimme zum Beispiel einen hohen Dynamikumfang haben, darf also leise Stellen und laute Stellen haben, denn es passiert nicht so viel im Mix, dass genügend Platz im gesamten Mix und im gesamten Song ist, dass man auf jeden Fall die leisen und die lauten Sachen gut hören kann. Anders sieht das natürlich aus, wenn man einen sehr dichten Mix hat, sagen wir mal einen harten Metal-Song oder einen harten Rock-Song oder einen Pop-Song, einen modernen Pop-Song, wo sehr viele Instrumente spielen, sehr viele Samples unterwegs sind. Da hat man natürlich nicht so viel Platz und da wäre es ja doof, wenn die leisen Passagen vom Gesang zum Beispiel absaufen, weil man sie nicht richtig gut hören kann. Wenn man also den Dynamikbereich von so einer Stimme oder von jedem anderen Instrument dann auch einschränkt und dafür sorgt, dass die leisen und die lauten Teile nicht so weit auseinander sind, dann kann man dafür sorgen, dass man, wenn man die Balance richtig eingestellt hat, dass man dann auch sicher sein kann, dass man die lauten und die leisen Teile hören kann. Nichts wäre ja schlimmer, wenn man zum Beispiel seine Stimme jetzt im Dynamikbereich nicht einschränkt und wenn man dann die Balance einstellt, dann orientiert man sich zum Beispiel an den leisesten Passagen, dass die gut zu hören sind. Das sorgt aber dafür, wenn er etwas lauter singt oder sie etwas lauter singt, dass das dann unangenehm so vorne oben raus sticht. Andersrum, wenn du dich an den lautesten Passagen orientierst, kann es natürlich passieren, dass die leisen Passagen dann einfach unter den Tisch fallen. Die hörst du dann einfach nicht in einem dichten Mix. Also gilt es, die Dynamikbereiche so einzugrenzen, dass jedes Instrument einen fixierten Dynamikbereich hat und wenn du die unter Kontrolle hast, dann kannst du deutlich einfacher dann auch die Balance der einzelnen Signale untereinander herstellen und dafür sorgen, dass dein Mix da ausgeglichener ist und du weniger Faderbewegungen machen musst, um dafür zu sorgen, dass die einzelnen Signale gut zu hören sind. Das ist auf jeden Fall der Dynamikbereich, der gut unter Kontrolle dafür sorgt, dass der Mix schön ausgeglichen und gleichmäßig klingt und dabei trotzdem natürlich und auch kein Instrument oder keine Stimme verloren geht, nur weil man sie vielleicht gerade nicht hören kann, weil es zu laut oder zu leise wird. Punkt 5 geht dann deutlich ins Eingemachte, denn Tiefenstafflung ist für viele Leute dann doch ein Angstwort. Die Tiefenstafflung beschreibt im Prinzip die dreidimensionale Gestaltung seines Mixes, also nicht einfach Lautstärke, nicht einfach Panorama, sondern wie sieht es eigentlich aus, kann man ein dreidimensionales Bild schaffen, wo man tatsächlich als Zuhörer die Idee hat, dass der Schlagzeuger hinter der Hauptstimme tatsächlich sitzt, weil er im Raum ein bisschen weiter hinten sitzt, sind die Gitarren ein bisschen hinter dem Gesang und wie kann man dafür sorgen, dass man da ein ausgeglichenes Bild hinkriegt. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, mit welchen Faktoren tatsächlich du dafür sorgen kannst, dass du die Tiefenstafflung von den einzelnen Signalen beeinflussen kannst und wenn du dich dafür interessierst, kann ich dir das hier oben auch mal einblenden. Da gibt es das nächste Video schon, was ich dir zeigen kann. Da gibt es fünf einfache Schritte, mit denen du deine Tiefenstafflung beeinflussen kannst und dafür sorgen kannst, wo die einzelnen Instrumente und Spuren im Mix sind. Aber eine ausgeglichene Tiefenstafflung und ein natürliches Klangbild sorgen natürlich dafür, dass der Song auch sehr, sehr professionell klingt. Also wenn du dir mal einen Song anhörst, sagen wir mal Beautiful von Christina Aguilera oder eben auch Don't You Remember von Adele, den ich gerade erwähnt habe, da hören wir genau darauf, wo die Instrumente genau im Mix platziert sind, wo die Stimme genau platziert ist. Bei Don't You Remember gibt es zum Beispiel eine sehr trockene Stimme in der Mitte, was man gar nicht erwarten würde bei so einem großen Song. Und da ist in der Tiefenstafflung schon einiges positioniert. Deswegen gleich auf jeden Fall die Tiefenstafflung mit deinem Referenzsong ab. Und hör mal, wo haben die zum Beispiel die Snare hingemischt? Haben die der Snare einen großen Hall gegeben, einen kleinen Hall? Ist der kurz oder ist der eher länger? Also wenn ich darüber rede, ein kurzer oder langer Hall sind natürlich ein Unterschied zu einem großen oder einem kleinen Hall. Der große Hall füllt das komplette Stereo-Spektrum aus, der kleine Hall eher so den mittleren Bereich. Dann gibt es aber einen kleinen Hall, der durchaus lang sein kann, der also mono nach hinten sehr lange nachklingt oder einen großen Hall, der sehr kurz sein kann. Achte mal genau auf diese Aspekte bei der Snare, bei den Gitarren, beim Bass ist in der Regel kein Hall drauf. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, den nach vorne oder hin zu schieben. Wie gesagt, ich verweise auf das Video hier mit der Tiefenstafflung. Und wenn du das da hinkriegst, dass du da auch ein ausgeglichenes Klangbild hinkriegst, wo du dann durchaus in der Referenz nochmal überprüfen kannst, wie haben die das da eigentlich gemacht? Dann bist du auf jeden Fall auf der Gewinnerstraße, um deinen Mix dann auf die professionelle Ebene zu heben. Und wenn du diese fünf Punkte tatsächlich abgeglichen hast, wenn du die Balance hingekriegt hast, das Panorama ausgeglichen hinkriegst, die Frequenzverteilung, die Dynamikbereiche ordentlich einteilst und eben die Tiefenstafflung, dann hast du fünf Punkte, die du überprüfen kannst anhand einer Referenz und wo du wirklich checken kannst, ist mein Mix denn eigentlich auf dem gleichen Level wie die Referenz oder bin ich zumindest auf dem richtigen Weg dahin? Und so kannst du tatsächlich dafür sorgen, dass dein Mix dann am Ende des Tages auch auf jeder Abhöre gut klingt und dann auch dafür sorgen, dass der Mix überall bestehen kann. Natürlich gibt es auch Faktoren wie künstlerische Qualität, wie ist der Gesang, wie ist das Songwriting, wie ist das Arrangement und so weiter. Das beeinflusst den Mix natürlich auch ein kleines bisschen, zumindest die Wahrnehmung. Aber was die Überprüfbarkeit deines Mixes angeht, bist du mit diesen fünf Elementen auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Aber was überprüfst du denn eigentlich, wenn du deinen Mix überprüfst? Mischst du einfach erst mal drauf los und checkst dann deinen Mix später anhand dieser fünf Punkte, hast du die fünf Punkte parallel immer im Hinterkopf und sorgst immer dafür, ich muss noch ein bisschen mehr Balance beihalten oder muss noch ein bisschen auf das Panorama achten oder sind dir diese fünf Punkte völlig egal, weil du sowieso deine eigene Musik machst? Schreib es doch mal unten in die Kommentare. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen Punkt noch mitnehmen, den wir demnächst auch noch überprüfen können, wo wir dann aus fünf Elementen für einen guten Mix vielleicht sechs oder sieben machen können. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, das zu lesen und hoffe, dass wir uns die Tage wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu!